Und als ich das hier sah, mit der Hygiene, mit dieser Gastfreundlichkeit und dieser Professionalität, musste ich mir entscheiden, eine Komplettsanierung zu machen. Also wenn ich schon da bin, dann habe ich gesagt, wow, also sowas habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Unsere Kliniken sind zwar jetzt auch top, aber sowas, diese Technologie, die angeboten wird, und vor allem diese Geschwindigkeit mit dem Fasten-Fix, den ich mir entschieden habe, also das war einfach wow.